Moin moin, in der letzten Folge wurden wir mit dem Droiden richtig hart von einem Priester in Grund und Boden gestampft, kann man sagen. Und da hab ich mir gedacht, weißt du was? Ah, wir spielen jetzt auch Priester. Ja, um ehrlich zu sein, ne, hab ich mir das nicht gedacht, das ist die reguläre Reihenfolge. Ah, pst. Hauelender! Ich kann Opernsänger werden, ne? Next Topmodel hätte ich fast gesagt. Ihr wisst schon, was ich meine. So, Paladin gegen Paladin. Priester gegen Priester. Butz, bumm. So, Priester gegen Priester. Wir haben hier beide Rang 19 Priester. Hier, Kisha. Schönen Gruß, Kisha. Wir wollen heute nicht kichern, denn wir wollen denken, boah, weil ich den jetzt hoffentlich, äh, platt mache. Ohne kichern. Kisha. Grüße. Grüße. Was machen Sachen? Klerikerin. Ist jemand verletzt? Klerikerin. Jetzt kommt Schattenwort Schmerz. Mit Sicherheit. Oder auch nicht. Oh. Alles sehr angenehm. Jetzt muss ich überlegen. Lass mich überlegen. Das machen wir so. Dann wir machen. So. Und dann. Wir machen. So. Jetzt ist er nämlich auch gedamaged. Das heißt, ich kann ihn healen. Und dann kriege ich eine Karte. Was? What? Gut gespielt. Gut gespielt. Gut gespielt. Aber nicht gut genug. Schattenwort Schmerz. Coin. Deal. Also, soweit, so gut. War jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig kosteneffektiv. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht sagen. Aber soweit, so gut. Okay, Drachendeck. Anscheinend. Ach, durchströmt mich. Sofort. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, my gosh. Gut gespielt. Ja, bis Zug 10 wird er hoffentlich nicht mehr leben, der Kollege. Ansonsten hätte ich den ganz gern. Junge, was ist bei dem los? Schattenwort tot. Moment. Schattenwort tot. Entweder ich hole was guckst du so raus. Ne. Schattenwort tot. Zack. Und fratze. Im nächsten Zug haben wir dann 7 Mana. Dann können wir was glotze so. Und macht Wort Schild drauf machen. Jo. Klingt nach dem Plan, ne? Wie überraschend. Wie überraschend. Noch einer. Alter. Wie er abgeht. 6, 12 Schaden würde er machen, ne? Hat der Priester irgendwas? Frage mich, ob... Das geht mir auf den Sack. Jetzt muss ich schon wieder Schattenwort tot machen, oder was? Habe ich im nächsten Zug 8. 6, 7, 8, vielleicht. Sollte ich mir gründlich überlegen? Ne, das macht das so... Hat keinen Sinn. Er hat vielleicht auch ein Schattenwort tot, ne? Ah, das passt gut. Nächsten Zug haben wir 8 Mana. Das heißt 5, 6, 7, 8. Passt. Reicht nicht. Ja, okay. Jetzt kommt bestimmt Nova, ja. Ach, so ein Vogel. Das ist doch alles nicht fair. Das ist doch wirklich alles nicht fair. Na, das könnt ihr nicht ernst meinen. Na, das könnt ihr auch nicht ernst meinen. Macht durchströmt mich. Priester, das Licht bient nun mir. Ja. Das ist übel. Das ist übel. Ich könnte das drauf machen. Um mich zu retten. Darauf. Könnte eine Nova schmeißen. Wäre ich um 2 Gehalt. 6, 7. Seien wir mal ehrlich, ich bin eh tot Ich bin eh tot, heile ich lieber den Diener, damit der überlebt und der den nicht so einfach treden kann Chromagus, auch der Stärkung, oh my god Kreis der Heilung Schade, 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 das ist doof gelaufen, die Karten hätte ich auch alle gern, aber es dauert nicht mehr lang, dann habe ich sie hoffentlich, ja gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, peace out, ich bin draußen, aber bevor ich das mache, muss ich noch mal ganz kurz gucken, ich bin nämlich schon die Folge für morgen am hochladen, da braucht noch ein bisschen, ne, da braucht noch ein bisschen, ja, die werdet ihr wahrscheinlich gestern schon gesehen haben, dann, wenn ihr dieses Video seht, ist das einigermaßen logisch, ja, na gut, in der nächsten Folge gibt es dann Schurken um die Ohren, einigermaßen logisch, dann